Wirklich ein exzellenter Küsser? Dieses Statement sorgt für viel Furore. Mit wem knutscht denn Thomas Seitel da? Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Diesen Hit von Conny Francis könnte wohl auch Helene Fischer singen. Denn während der Aufzeichnung ihrer Weihnachtsshow, Ausstrahlung, 25.12.20.15 Uhr, ZDF, soll ihr Ehemann Thomas Seitel einer anderen sehr nahe gekommen sein. Und die sieht auch noch aus wie Helene. Küsst ihr Thomas etwa fremd? Es ist alles anders, als man denken könnte. Wirklich ein exzellenter Küsser. Alles beginnt mit einer Comedy-Nummer von Helene. Sie scherzt darüber, wie gerne sie ihre eigene Sendung doch mal vom Sofa aus sehen würde. Einfach mal die Füße hochlegen und ganz entspannt sein, sich in die Couch fläzen und einfach ganz in Ruhe meine Show genießen, schwärmt sie. Kaum hat sie das gesagt, erscheint eine Doppelgängerin auf der Bühne. Eine künstliche Helene, gespielt von der Komikerin Tarné. Die 31-Jährige sieht der Sängerin an diesem Abend wirklich täuschend ähnlich. Helene ist begeistert. Und sie fragt ihr Dubel, dass eine Ki-Helene sein soll, also eine Art Roboter, ob sie vielleicht auch bei Krankheit mal für sie einspringen könne. Selbstverständlich, von ganzem Herzen gern, antwortet die nachgemachte Helene. Niemand wird den Unterschied bemerken. Unser Ehemann Thomas, der hat es eben auch nicht bemerkt. Wirklich ein exzellenter Küsser. Mir stockte der Atem. Das Publikum lacht. Helene gibt sich gespielt empört. Okay. Wir müssen diese Knutsch-Funktion sofort löschen. Also alles nur ein kleiner Spaß. Ihr wollt keine News aus der Welt der Stars und Sternchen mehr verpassen? Dann schaut jetzt bei unserem WhatsApp-Channel vorbei. Bye. Bis zum nächsten Mal.